Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir üben nun den bestimmten Artikel der gelernten Substantive. Bitte lernen Sie jedes Substantiv mit dem richtigen Artikel und die Pluralform. Darauf baut sich die deutsche Grammatik auf. So, und nun sind Sie an der Reihe. Bitte schreiben Sie den richtigen Artikel in die Lücken. Bis zur nächsten Übung sage ich Ihnen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.